Funktioniert das jetzt? So, ich habe auf jeden Fall jetzt Bild... Obwohl die Zeit oben nicht läuft. Ich dachte eigentlich, dass die Zeit oben mitläuft und mir dann sagt... Ja, das ist voll komisch, ne? Jetzt gucke ich erstmal hier drauf. Du bist live. Mhm, im Durchschnitt. Aha, wie viel ist denn hier für den komischen Affiliate-Drecksding? Pokémon Unite, das sieht gut aus. Sieht irgendwie gar nicht so aus, als wäre ich live. Beziehungsweise verhalte ich mich nicht so, als wäre ich live. Ja, geil. Ah, jetzt steht es da! Sitzung, 50 Sekunden, jetzt geht es doch endlich. Mein Gott. Und es ist so ein Krampf gewesen schon wieder, überhaupt hierher zu kommen, überhaupt irgendwas zu machen. Und irgendwas muss ich aber noch machen, deswegen muss ich mal hier drauf. Denn ich muss... Was muss? Ein Rangkampf muss ich, glaube ich, machen. Erstmal ein Rangkampf. Okay, also gehen wir auf Rangkampf. So. Gucken, ob irgendjemand am Start ist. Jetzt sehe ich wieder gar nichts. Hier drüben. Diese blöde Kamera. Egal, wo ich die hinpacke, es stört einfach nur. Laden wir mal den FG ein. Schöner wäre es natürlich... So. Schöner wäre es natürlich, wenn... Wenn... Der Hust nicht mehr da wäre, genau. Den habe ich gemeint. Vorradian am Start. Ey. Ich schwöre, seitdem ich die Capture Card habe, ist mein Leben so viel schlimmer geworden, ja. So richtig schlimm aber. Ich glaube, der FGB kommt eh nicht rein. Aber wenn wir zu zweit sind, können wir bestimmt spielen. Ohne irgendwas. Und weil der eh nicht reinkommt... Ich schicke nochmal... Vielleicht darf der auch gar nicht. Oder? Doch, er ist ja Anfänger. Er ist Anfänger, da darf er doch bestimmt. Ich drücke euch einfach auf Start. Ich hoffe, Sabrina erwartet da nicht zu viel. Die werden wir jetzt in die sichere Niederlage reinkatapultieren. Da kenne ich nichts. Daubsi, ich muss dir kurz erklären. Ich bin so unzufrieden in letzter Zeit. Alles. OBS schön und gut. Twitch schön und gut. Zwischendurch mal ein bisschen Unite schön und gut. Aber... Jeden Tag, wenn ich früh aufstehe und möchte auf Twitch kurz einfach nur ganz kurz Twitch-Stream machen. Kein großes Ding. Macht ja Spaß und so auf Twitch, ne? Aber jeden Tag komme ich an, mache OBS auf und habe einfach einen schwarzen Bildschirm. Und das regt mich auf. Ich habe jedes Mal einen schwarzen Bildschirm. Die Capture Card überträgt nicht das Spiel. Ja gut, ich gehe zur oberen Rude. Ne, Sabrina redet nicht. Ich war nur Zufall, dass ich gerade gesehen habe, dass die online ist. Deswegen... Hm... Sabrina geht in die Mitte. Normalerweise, genau, du steckst ja die Konsole da in die Station. Und durch die Capture Card, weil die da angeschlossen ist, überträgt das das Spiel dann hier ins OBS. Ja? Und was mache ich? Ich stecke die da rein. Und es ist alles schwarz. Obwohl es am Tag davor noch ging. Am Tag danach ist alles schwarz. Ich kriege einfach kein Bild. Jetzt habe ich alle Kabel hinten abgemacht und nochmal neu dran gesteckt. Damit die Capture Card merkt, oh warte mal, der will was von mir. Plötzlich hatte ich wieder Bild. Jetzt hatte ich zwar Bild, aber ich habe keine Kamera gehabt. Jetzt habe ich 20 mal die Kamera an, aus, deaktiviert, neu ran, hin und her, sonst was. Und irgendwann habe ich Bild gehabt und Capture Card und ich hatte keinen Ton. Jetzt hat es jedes Mal, wenn ich ins Mikro geredet habe, hat es gezeigt, okay, Ausschlag ist da, der labert. Und 5 Sekunden später hat es geknackt und plötzlich war kein Ausschlag mehr da. Also, ich konnte nicht mehr labern. Ich habe es nicht verstanden, warum es so kompliziert ist. Jetzt hatte ich es hingekriegt, dass der, ähm... Digga, lässt du meinen Homie in Ruhe? Lässt du den? Hoff weg zu rennen. Nicht hinterher rennen. Nein! Jetzt ist er abgehauen. Das Pleasure. Schnell, geh zurück. Nimm Grabinho mit. Vielleicht. Ich will die Krabbe, ich will die Krabbe, ich will die Krabbe. Auf jeden Fall, jetzt hatte ich es hingekriegt, dass ich Bild habe, ich hatte keinen Ton. Dann habe ich es hingekriegt, dass der Ton wieder da war, nachdem ich den PC noch 5 mal neu gestartet habe. Und dann war das Problem, wenn du OBS aufgemacht hast, du hast entweder die Capture Card gesehen und keine Kamera gehabt. Oder du hast, äh, äh, die Kamera gehabt, aber keine Capture Card. Ich habe keine Ahnung warum. Und das ist jeden Tag wieder so. Jeden Tag aufs Neue. Du kannst nicht einfach das anmachen und kannst zocken. Du stehst jeden früh wieder da und hast ein schwarzes Bild. Und wenn du dann die Capture Card endlich hast, dass die endlich erkennt, dann hast du keine Kamera. Und wenn du die Kamera hast, dann hast du keinen Ton. Und dann knackt das immer. Und es macht alles kaputt. Und ich verstehe es nicht. Ich weiß nicht, warum es so ist. Und das ist so nervig. Da vergeht aber echt alles. Jetzt habe ich schon gedacht, ich muss morgen Community Day aussetzen. Das geht nicht mehr. Das bringt es nicht. Das funktioniert nicht. Oh, da kann man auch mal hier einen reinstecken. Guck. So. Was ist hier noch? Hier ist irgendwo was. Gut. Ansonsten habe ich ja eh nichts zu tun. Absprache gibt es nicht. Ich glaube, ich habe jetzt so viel geredet. So viel durcheinander, dass man eh eigentlich irgendwie gar nichts verstanden hat, was jetzt eigentlich das Problem ist. Oder? Kann es sein. Das ist jetzt. Dann immer Blättertanz, Bruder. Wenn oben eh keiner ist gerade. Doch, da ist einer. Hey, kommen wir. Nein. Der hat natürlich noch einen Homie dabei. Und der Homie ist natürlich richtig dope. Schnell weg. Obwohl, das war nur ein Schicki. Das Schicki war klein und behindert. Das hätte ich vielleicht. Ach, ich blicke hier schon wieder gar nicht durch. Egal. Dann gib mir halt die Bienen noch. Dann nehmen wir halt noch die Bienis mit. Ich habe keine Ahnung, wo die jetzt hin sind. Die Gegners. Wenn die natürlich jetzt mit mehreren da rumrennen. Aha. Nein, ich will nicht das. Ich wollte den. Aber der hat einen Freund. Ja genau, Bruder. Komm mit hoch. Lass uns die töten. Und hier. Du verjagst die. Wir machen Rotom. Genau. Oh. Ihr seid so dope. Das ist alles ohne Absprache. Ohne irgendwas. Ich hau den mal kurz hier rein. Das schaffe ich sicherlich. So. Den werden wir jetzt schlachten. Schieß. Schieß. Also Käse. Versteht ihr? Schieß. Hm. So komm, lass uns vorpreschen. Wo ist ein anderer? War da nicht noch einer? Ne, warte. Da ist ein Gegner. Dann hauen wir den noch mit rein. Oh. Und ich bin fett. Ich bin richtig schön fett. Und saftig. Bin ich noch dazu. Dann haben wir nochmal was. Hauen wir das auch noch hier mit rein. Und jetzt ist der Punkt, da habe ich dann keine Taktik mehr. Obwohl wir jetzt eigentlich geschlossen vielleicht hätten vorrennen können. Aber ich vermassle das gerade. Weil ich halt hier hinten rum renne. So, da noch rein. Genau. Ein bisschen was aufgesammelt. Da kommt noch der komische. Den nehmen wir noch mit. Jetzt kann ich wieder nicht auf den Chat achten. Hm. Da ist noch einer. Gut, der ist auch tot. Also wir leveln doch eigentlich ganz gut. Guck doch mal, wie groß und stark wir sind. Wir liegen in Führung. Sollte man jetzt runter rennen? Sollte man jetzt hoch rennen? Sollte man jetzt gar nichts machen? Da sind schon wieder Beanies. Ich kümmere mich mal hier kurz drum. Ich glaube, ich klau mein Kumpadres die ganzen Erfahrungspunkte. Also die ganzen, das zum Aufsteigen so. Ihr wisst, was das ist. Komm, du bist 8. Ja. Wunderbar. Wenn jetzt keiner kommt, kann ich den noch machen. Hoffe ich. Also der bringt mich um. Da kommt doch schon wieder eine angeschlichen von hinten. Und punktet. Ja, lass halt mal punkten. Egal. Alter, das ging nicht. Das ist meine Station, Bruder. Warte mal. Geben wir mal den. So, wo ist der jetzt hin? Weg. Steckt er sich irgendwo? So kriege ich doch jetzt schon noch den Rest. Den Rest vom Roturm. Ja, das sieht gut aus. Ach komm. Ist mir jetzt egal. Wenn ihr da hinten seid, dann gehe ich jetzt davor. Ach scheiße, mein Knopf funktioniert gar nicht. Mein Fluchtknopf ging nicht. Ich wollte doch nur ein bisschen vorbrechen. Rotom, Rotom. Na, bis dahinter komme ich jetzt eh nicht. Ja, die haben jetzt eh schon gepunktet. Egal. Ich verlasse jetzt einfach mal meine Zone. Was bestimmt nicht gut ist, aber... Wenn wir hier noch punkten und dann in die Mitte gehen... Ich bin allein. So, jetzt wäre Absprache natürlich schön, aber wir haben keine. Da kommt schon mal ein Lucario angeschissen. Level 12. Wenn jetzt noch einer kommen würde, wäre es super. Ja, Lucario ist auf jeden Fall... Alter, mach den platt, mach den platt, mach den doch platt. Och man, und er renne einfach weg. Schaffe ich den alleine? Ich weiß es nicht. Da kommt noch einer, genau. Kommt mal alle hoch. Ja, jetzt wird es wieder ein wildes Durcheinander und rumgemetzelt. Hier der Blöde ist noch übrig. Und Lucario kommt an und macht mich kaputt. Digga, haben wir Zapdos bekommen? Es sieht so aus. Und ich bin tot. Der schon wieder. Frag mich nicht, wie ich das jetzt gemacht habe. Ich kann dir dazu keine näheren Infos geben. Und ich hab halt auch einfach gar nichts. Und alle rennen dahinter. Ja. Ich beschäftige mich mit den Bienen. Dass meine Leute da hinten einfach in Ruhe sterben können. So mache ich das immer. So. Junge. Ist doch jetzt mal gut, oder? Alter. 15 Sekunden. Schaffe ich das noch? Der wäre fast tot. Komm, einmal punkten geht noch. 3, 2, 1. Ich denke mal, wir haben gewonnen. Ungefähr so. So, was steht jetzt hier? Mir ist heute die große Powerbank flöten gegangen. Und jetzt kann ich nur 2-3 Stunden am Tag zocken. Und passend dazu, wie ist der Farmer heute ausgelaufen. Tja, deswegen kann ich jetzt auch den Verlosungsaccount nicht mehr leveln. Aber der ist eh theoretisch... Der hat jetzt Level 41 von den Erfahrungspunkten erreicht. Und das reicht ja auch. Der hat gestern noch gar keinen Platz mehr gehabt. Der hat... Ich wusste gar nicht mehr, was ich wegschmeißen soll. Der besteht jetzt nur noch aus Hundertern und Chines. Sozusagen. Achso, Mega Gengar Raid. Muss ich heute noch machen. Sabrina hat die Krone auf. Aber Ramses hat auch einen gemacht. Warte mal. Das haben sie hier gezeigt, wie man das machen kann. Die meisten verlassen doch sowieso direkt hier. Die meisten verlassen doch sowieso direkt hier das. Und dann war es das. Seht ihr, das ist das, was ich meine. Nein. Man geht einfach rein. Man... Keine Absprache, nichts. Aber... Boom! Man macht das Ding. Und wenn dann immer alle im Discord sind und schreien rum. Gegenseitig. Und alle drehen durch. Dann checke ich dann immer gar nichts mehr. Oh, Drehkalsrauch. Schön, dass da auch dabei steht, was der macht. Finde ich immer richtig cool. Jetzt muss ich erstmal zurück und muss mir erstmal angucken, was es hier noch Nettes gibt. Thomas, ich weiß auch nicht, wie ich das Problem jetzt wirklich behoben habe. Das ist das Ding. Der Ton geht auf jeden Fall jetzt wieder. Obwohl vorhin immer du gesehen hast, aha, Ausschlag ist da. Dann hat es geknackt und der Ton war weg. Und es kam nichts mehr an. Erst nachdem ich den PC komplett neu gestartet habe, hat das mit dem Ton dann auf einmal gepasst. Aber die Kamera hat trotzdem nicht gepasst. Jetzt habe ich die Kamera genommen und habe die ganz woanders reingesteckt. Weil ich ja alles in diesen USB-Verteiler gepackt habe. Und jetzt habe ich die Sachen vom USB-Verteiler alle wieder an die normalen. Und im USB-Verteiler ist nur ein was anderes. Richtig genial, dass man sich den geholt hat. Aber wie sieht es denn aus? Ist jemand im Chat da, der eine Runde mitzocken wollen würde? Zur Not auch bei Discord labern oder so. Ich gehe einfach mal auf Discord hier und gehe in den Raum. Vielleicht will mich ja wieder jemand anschreien. Oder es ist jetzt nicht die passende Zeit dazu, weiß ich nicht. Ich gehe auch extra in Talk 1, ja. So, bin ich da drin und hänge da rum wie so ein frittiertes... Lol, dann scheint es am Verteiler zu liegen, dass sein PC damit überfordert ist. Nur komisch ist, dass es doch die ganze Zeit ging. Wieso ist er... Auch am ersten Tag bin ich nicht überfordert, am zweiten auch nicht. Am dritten sage ich dann, jetzt reicht es aber, ne. Das verstehe ich halt nicht. Aber gut, wenn das jetzt so ist und so passt und so beibehalten wird, dann wäre es das. Ansonsten habe ich keine Ahnung. Ansonsten habe ich keine Ahnung. Herausforderungen... Angreifer... Rangkampf... Füge Kamalm Schaden zu und besiege es einmal, allein oder mit Hilfe deiner Teammitglieder. Also ich muss noch zwei Rangkämpfe machen und Kamalm besiegen. Okay... War jetzt hier noch irgendwas drin? Freund... Light... Alles dabei... Aha... Gewinne zwei Kämpfe und täglich drei Kämpfe. Wenn ich also noch zwei Rangkämpfe mache und noch einen davon gewinne, dann wäre das auch im Sack. Ist hier noch was? Das ist mir alles immer so komplett unübersichtlich. Da blicke ich gar nicht durch. Hier nochmal X drücken oder so. Hier noch einen Trank nehmen. Wieder zurück. Wieder sonst was. Ja, wenn nicht, gehe ich halt dann wieder hier rein und versuche einfach noch einen zweiten. Rangkampf... Vor zwei Minuten online. Nicht mehr da, nicht mehr da. Null sind online. Okay, wenn eh keiner online ist, dann gehe ich halt alleine mal rein. Gucken wir das mal an. Was da abgeht. Also ich habe sowieso gedacht, wenn die Kamera ein Problem hat und die Kamera plötzlich nicht mehr angezeigt wird, dass es sicher sinnvoll wäre, die Kamera vom Verteiler zu tränen und normal in den USB-Port zu packen. Und plötzlich ging das wieder und das Licht habe ich jetzt auch da rein. Was ist denn jetzt? Achso, weil ich noch nichts habe. Ja, wer nehmt ihr denn? Dann nehme ich halt wieder hier den Fridolin, ne? Weil ich den ja so cool finde. Muss ich auch nicht großartig was machen. Ist jetzt irgendjemand runter? Noch nicht. Ich drücke einfach mal, dass ich runter gehe. Weil ich ja den Kamal einmal besiegen muss. Ich muss nur mal schauen, warum es in meinen Streams dann vom Ton her ein Rummel ist bei allen anderen, die mitsprechen. Nur bei mir halt nicht. Rummel ist immer gut. So, jetzt habe ich auch einmal mit Sabrina zusammen gespielt. Richtige Ehrenrunde. Einfach mal so. Pupsi ist eigentlich auch schon da, aber Pupsi ist gerade bei einem Nageltermin. Und wenn sie wiederkommen, wollten wir dann was zum Mittagessen. Deswegen habe ich gedacht, ich muss ja meine, mein täglich Brot hier noch machen. Bis ich die sieben Tage Twitch zusammen habe. Lenn, Lenn, Lenn. Lillill. Der Lillillien. Ah, die sind so zwei. Alles gut. Geh zurück und chill. Die machen Punkte. Aber okay. Davon lasse ich mich jetzt nicht beeindrucken. Ah. Fluchtknopf nicht funktioniert. Ja und nein. Ja, Thomas. Eigentlich ist heute, heute an dem Tag ist gar nichts lustig. Heute ist alles scheiße. Ich meine, ich habe zwar hier genug Probleme gehabt, was mich schon wieder komplett rausgebracht hat und genervt hat. Aber was bei Pupsi schon wieder war, was bei ihr passiert ist. Irgendwann hast du echt keinen Bock mehr. Irgendwann magst du am liebsten rausgehen. Du magst einfach jeden, den du siehst, nehmen. und weil es könnte jeder sein und deswegen, ja, tot. Ich kann mich, unten ist nicht gut. Ich muss wieder hoch. Ich kann mich unten nicht konzentrieren. Hallo. Ich muss hoch. Mann, Mann, Mann. Adi, wo bist du eigentlich? Die Leute fragen doch immer nach dir. Punkte. Ja, los. Aufs Fiaro. Aber wir sind immer noch... Obwohl, ja, ja, ja. Jetzt vielleicht. Vielleicht. Ja, haut ab. Okay, dann warte ich lieber, bis noch welche zu mir kommen. Kommt her, kommt her, kommt her. Mein kleines... Obwohl, denn jetzt... Ach, bin ich behindert. Jetzt habe ich dir nicht die Bienen gemacht. Ist ihnen doch schon ein Start klar gewesen. Ja, und jetzt hätte man vielleicht am liebsten den Gegner umgebracht. Komm, Malad. Komm, schnell. Mein Kamalad ist tot. Und hier sind da auch rote. Ich will nicht, dass da rote sind. Da ist noch ein... ein blauer... noch einer. Schaffen wir es hier, was zu machen? Hm. Es ist immer noch so viel los. Hm. Ich weiß nicht. Ich sehe gerade keine richtige Taktik. So gefühlt. Weiß man nicht. Versucht man erstmal die Gegner zu tönen? Oder versucht man unten das Teil zu holen? Ein paar rennen immer unten rum. Ein paar oben. Ich renne überall rum. Gleichzeitig. Und jetzt haben sie uns wahrscheinlich alle weg. Und können in Ruhe das... die Schildkröte machen. Was sie aber wahrscheinlich gar nicht machen. Weil sie punkten. Und schon wieder hier rumrennen. Jetzt lasst uns doch die mal niedermachen. Und dann zusammen runter. Ah. Ich darf nicht angreifen. Der geht immer auf den Rest. Jetzt Bienen machen oder was? Wir müssen doch eigentlich mal die... die Schildkröte zerlegen. Oder dann pumpen wir halt kurz. Aber wäre es denn nicht möglich, jetzt mal... Na gut, wenn der da ist, dann vielleicht den erst. Weil die Schildkröte ist doch immer noch da. Das wäre doch ein gefundenes Fressen. Ja? Ja? Ne, die rennen alle weg. Ich verstehe es nicht. Ich denke, die ist so wichtig, die Schildkröte. Wieso holt die dann keiner? Jetzt steh ich alleine da. Gleich kommen bestimmt die ganzen Roden. Und greifen mich an. Oder war es jetzt taktisch nicht so klug, auf die Schildkröte zu gehen? Wäre jetzt was anderes besser gewesen. Gehört er zu mir? Nein, gehört er natürlich nicht. Aha. Ich habe Angst. Wo ist der jetzt hin? Hat die Schildkröte den umgebracht? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall dazu wieder volle Energie. Das ist sehr cool. Ich glaube, ich werde zum Ende des Matches immer noch hier unten stehen und an einer Schildkröte rummehren. Jaaa, dann kommt wieder der Nächste. Okay. Lass mich bloß in Ruhe. Und tot! Super! Holen sie sie jetzt. Es sieht so aus. Ja. Und sie ist tot. Also alles umsonst. Irgendwie habe ich gerade keinen Bock mehr auf das Match. Ach, mein Flugzeug noch geht nicht. Na, doch jetzt. Jetzt geht er wieder. Also ich glaube, da in dem Moment wäre wirklich Absprache super gewesen. Einfach mal zu sagen, als alles frei war und gar kein Gegner mehr da. Einfach zu sagen, los! Schnell Schildi holen. Das wäre bestimmt super gewesen. Da geben wir nochmal ein bisschen Energie. Da kommt wieder einer angerannt. Die Punkten schön oben. Wir rennen jetzt hier vor. Wow! Darf ich auch mal einen reinmachen? Wow! Da darf ich auch mal einen reinmachen. Wieder nichts zum Punkten. Jetzt wäre ja nochmal die Gelegenheit da, Schildgröne zu machen. Aber... Steckt er sich? Gigasauger. Ja, den nehmen wir gerne. Aber jetzt kommt auch schon ein Zapdos. Hm... Jetzt hätten wir es natürlich fix geschafft. Die Schildgröne zu machen, denke ich mal. Aber... Ich gucke einfach mal in die Mitte. Schau mir das mal von Nahen an. Bring das Wasser jetzt den schon anzugreifen, wenn keiner da ist. Im Endeffekt mache ich wieder Vorarbeit und dann kommen alle anderen an. Das Spielfeld sieht ziemlich leer aus gerade. Da kommen ein paar Blaue hoch. Okay. Rode sehe ich noch nicht. Jetzt kommt auch Rode. Komm, 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 halt durch, halt durch, halt durch, halt durch, halt durch. Yes. Warte mal. Da liegt noch was. Jetzt. Schnell hochrennen. Ich bin so lahmarschig. Hier dann Horeigen. Okay, jetzt wird es nur noch Gemetzel. Fluchtknopf am Start. Tod. Könnte noch knapp werden, oder? Wir haben noch zwei. Wir haben noch eins. Wenn jetzt keiner bei uns rum punktet und was kaputt macht. Unten hängt einer. Ich komm glauben, äh komm. Einer steht an der Base. Jetzt vielleicht verteidigen einfach nur. Nein! Der kommt an mit 47. Raus! Bring den um! Warum lasst ihr den denn punkten? Hat er jetzt gepunktet? Ich weiß es gar nicht. Ob er gepunktet hat, aber es sah so aus. Kam vorbei, kam vorbei. Aber... Wir liegen vorne. Wir liegen vorne. Zweites Match. Zweiter Gewinn. Zweiter Win! Gewinn, Alter. Das heißt, zwei Rangkämpfe auch gewonnen. Und dann... Wieder mal ohne Absprache. Ohne irgendwas. Klappt doch besser als gedacht. So. Nehmen wir den noch mit bei. Äh... Wir holen hier was ab. Schön was hässliches. Eintauschen. Mhm. Gibt's wieder Socken. Oh ne. Item Verstärker. Das ist gut. Den kann ich gebrauchen. Immer mal. Dann hätte ich auch mal schauen sollen, ob ich eigentlich wieder was aufwerten kann. So. Mission. Dann weiß ich ja, dass ich noch... Dass ich sowieso noch einen Rangkampf machen muss. Also bräuchte ich jetzt noch gar nichts abholen, glaube ich. Ich geh einfach rein und starte einfach den nächsten. Wo dann eigentlich egal ist, ob ich gewinne oder verliere. Aber! Ich müsste immer noch versuchen, die Schildkröte niederzumachen. Irgendwie! Also geh ich natürlich nochmal runder, explizit, um unten die Schildkröte mitzunehmen. 31 Minutes. Oh. Passt. Bam, bam, bam. Visaflor. Was macht eigentlich das neue Item? Das muss ich mir jetzt mal reinziehen. Erzeugt eine Rauchwolke, die das bewegungsdämmbar gegnerische Pokémon für kurze Zeit erheblich verringert. Ist der gut? Also meistens schaffe ich es eh nicht zu flüchten. Ich nehme jetzt mal den Trägheitsrauch. Weil meistens ist das Problem, dass die Gegner nur noch so wenig Energie haben und dann wegrennen. Und mir davonlaufen. Also nehme ich jetzt mal den blöden Rauch, obwohl ich der einzige bin, der den Rauch hat. Okay. Ja, es wird schon passen. Irgendwas wäre ich schon damit. Machen, Vorhaben, wie auch immer. Irgendwie fühlt es sich sowieso komisch an. Wenn man die ganze Zeit mit sich selber redet. Ach, ich habe gar nicht gewählt, dass ich runtergehe. Ich... Ja, das ist egal. Wenn alle runtergehen, ist mir auch recht. Dann bin ich wenigstens nicht alleine. Zera, Omogar. Zeva, wir schon weg. Die klauen einfach alle unsere Pokémon. Absol, Absol. Visaflor, Visaflor. Zeva, Zeva. Na gut, zwei sind anders. Muss aber nichts heißen. Wieso zeigt das nach oben, hm? Ich will runter. Wo ich sagen muss, dass ich ziemlich spät gelevelt habe, ja. Also... Mich ziemlich spät... Also voll hinterher gehangen habe vor den Erfahrungspunkten, meine ich. Klang das so, als hätte ich das gemein. Nicht angreifen. Lauf weg. Mein kleiner Freund. In die Base, Bruder. Und jetzt... Den schnappen wir uns nicht. Aber den vielleicht auch nicht. Haman. Den schnappen wir uns halt niemanden. Oh. Der war doch... Na, das war jetzt kack. Hehehe. Ah, rede ich mich hinter den Bienen lieber versteckt. Da bist du wieder gierig und denkst, ah, kannst du schnell punkten. Ne, kannst du nicht. Bruder Hackstock, Bruder Hackstock. Schläfst du noch? Erstmal richtig punkten. Erstmal richtig punkten. Ding, ding, dong. Ey, das ist meine Punkte hier. Irgendwann. Okay, ich glaube der hat das jetzt einfach geklaut. Weil er nix kann. Ja, genau. Komm mal mit. Helfen wir mal. Die sind voll gemein zu mir. Die ganze Zeit schon. Du hast nichts gemacht. Ja, wie stehe ich denn jetzt da? Nein! Punkt doch! Nee! Der bringt mich um! Hätte der den nicht erst auch umbringen können? Nee, du hättest auch punkten können. Ja? Gut. Jetzt ist er bestimmt gleich selber tot. Ja. Sieht so aus. Ja, gut. Das war nicht so schlau. Lässt du die Punkte gehen, du! Ah, Mann! Ich will den! Jetzt hat er wieder seine Homies geholt. Jetzt heilt er sich auch noch. Ja, da brauche ich mich eigentlich gar nicht mehr bewegen. Weil ich eh schon weiß, dass ich gleich tot bin. Wo sind die denn alle? Alle oben, ja? Das ist aber sehr schön. Guck mal, der ist schon 7. Ich brauche gar nicht dahin alleine. Ist doch Quatsch. Hä? Nebulak steht halt einfach wieder in der... ...in der Startzone. Ein Schild. Ja, jetzt dachte ich wenigstens, er nimmt das Absol mit. Und? Es tauscht sich einfach aus. Sie stellen einfach... Sie stellen einfach das Bisa-Samen hin, das Bisa-Floa. Ist ja schön, sieht jetzt ruhig aus. Wow! Aber ich glaube nicht, dass das... Genau. Komm auf meine Seite. Verfolg mich mal ein bisschen. Ich raffe das nicht. Jetzt hat er wieder volle Energie. Der punktet hier fleißig. Oder die. Es sind ja mehrere. Ich kriege das nicht geschissen. Ich glaube, das ist wieder so ein Punkt, wo Absprache gut wäre. Ihr könnt gerne Fehler, die ihr seht, in meiner Spielweise, in den Chat schreiben und korrigieren. So, ihr seid lahm, lasst mich mal in Ruhe. Ich bin auch lahm, guck. Ich komm nicht zurück. Ich meine, solange die oben wenigstens Punkte machen oder die Gegner unter Druck setzen, ist das ja alles schön und gut, aber... Irgendwie sehe ich nicht, dass sich überhaupt irgendwas tut. So auf unserer Seite, irgendwie. Vielleicht können wir ja jetzt... Die Schildkröte töten. Komm, ich bin auch am Start. Ja, ja, komm, gib mir den Punkt für die Schildkröte. Also, wenigstens wegen der Belohnung und so. Das wäre fett. Guck mal, der ist schon entwickelt. Ich nicht. Lass uns den umbringen, schnell. Nein, da kommt natürlich wieder sein Homie. Und natürlich nicht gepunktet und auch nicht umgebracht und gar nichts gemacht. Ich will mir zu dem Controller weglegen und aufstehen. Ist egal. Na, 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 na. Punkte doch nicht! Helf mir! Ich komme auch wieder nicht zu Punkten! Ja, dann punkte ich jetzt auch. Egal. Obwohl... Ja, wieso nicht? War doch gut! Oben am Serothaum. Ah, ich rede schon wie ein richtiger Profi. Guck dir das an! Wie genial! Guck mal, ich habe nochmal vier... Hier. Wo katapultiert mich denn diese Plattform hin? In die Mitte? Das hat mir auch noch keiner erklärt. Muss man auch nicht. Muss man selber herausfinden. Genau. So, ich dachte gerade wir haben den umgebracht. Aber irgendwie... Wohl doch nicht. Wir stehen einfach hier auf einem Fleck und beschäftigen uns die ganze Zeit mit uns selber. So... Da hat er doch 13 Grad. Wieso hat das nicht funktioniert? Und wieder tot. Und die Schildkröte kommt zurück. Beste. Aber habe ich ja schon. Brauche ich ja jetzt dafür nicht mehr, ja. Stehen die jetzt eigentlich nur bei uns, die Bienen? Weil wir so komplett zurückliegen und lost sind? Dann haben sie die einfach überall gekleistert. Das würde mich auch noch interessieren. So, dann stärken wir uns halt noch ein bisschen. Und gehen jetzt trotzdem alle hoch. Und rein. Und wenn einer kommt, müssen wir den umbringen. Und ansonsten sieht es doch gut aus, oder? Wenn wir es jetzt schnell umbringen. Und dann... Los, punktet. Vielleicht können wir es noch drehen. Und wenden. Ich weiß nicht, was die anderen da unten machen, aber... Ah, und wieder ein Roder. Oh, Lamos kommt. Und Lamos stirbt bestimmt gleich. Jetzt geht es ja alle auf Lamos. Wir liegen im Rückstand. Und Lamos ist K.O. Beste, Lamos, du bist der Beste. Lamos, mein kleines Schnuckelchen. Ey, ich glaube... Ey, glaube ich nicht. Jetzt würde ich sagen, wenn das ein Sieg noch geworden wäre, dann hätte ich einfach das runtergeladen und jetzt auf YouTube gestellt und einfach gesagt, drei Matches, drei Siege. Rams ist der Pro. Aber es wird ja keiner. Machen wir uns ja nichts vor. Bleiben wir mal realistisch. Oh, der hat noch 50. Okay. Tschüss. Hau die noch rein. Hast du dir verdient. Vielleicht können wir nochmal hierher so aus Spaß und können dann nochmal was machen. Naja, aber weil ich ja auf YouTube nicht gestreamt habe. Hau die Unite. Da war ich trotzdem eigentlich die drei Matches. Mann, ist der lahm. Die drei Matches ganz cool fand bis jetzt. Hätte ich vielleicht sogar trotzdem das auf YouTube hochgeladen. So aus Spaß für die Leute, die es verpasst haben. Ich habe ja nur drei Zuschauer. Ramses mit der Krone auf. Guck dir das an. Wie ein Affe. Elf. Dark Chris. Naja, das Nebulak. Nebulak war der, der immer zu vorne rumgehangen hat. Warum auch immer. Also. Ich habe keine Ahnung. Ja. Ich bin kein Profi. Ich spiele jetzt erst ganz kurz. Ich weiß die einfachsten Dinge immer noch nicht. Weil halt ich die nicht weiß und noch nie gesehen habe. Aber. Es macht ab und zu auch mal Spaß. Muss man dazu sagen. Es macht sich. Ich mache mich nicht. Es macht sich. So, das nehmen wir noch. Hä? Ich denke, wir haben vorhin Kamalm umgebracht. Wieso hat er das jetzt nicht gezählt? Oder waren das doch die Gegner? Ich dachte, der ist uns gut geschrieben worden. Das heißt, im Endeffekt muss ich noch ein Match machen. Damit ich Kamalm noch besiegen kann. Das fehlt auch noch. Hier wieder rein. Alles abholen. Es ist so nervig. Drei Kämpfe. Zwei Siege. Damit ist das abgeschlossen. Hier ist nichts weiter. Super. Item Box. Bei Events ist es immer noch. Ach. Ich blicke da einfach gar nicht durch. Da ist ein roter Punkt. Mhm. Fairplay Punkte. Ach. Stimmt. Die musste man ja auch noch abholen. Es ist alles so... Unübersichtlich. Sag ich mal. Ich nenne es mal unübersichtlich. Finde ich zumindest. Dass das unübersichtlich ist. Und wieso ist da noch ein roter Punkt dran? Aber hier nicht. Neu. Item Box. Ja. Naja. Ist egal. Lass das einfach. So. Ich weiß nicht, wie lange Pupsi noch braucht. Aber ich glaube, das waren eigentlich drei nette Matches. Einmal mit Sabrina Spiel zusammen. Und dann auch mal ohne. Zwei Wins. Ein Lose. Passt. Und ich habe sogar wieder 6.000 Kronkorgen zusammen. Da kann man sich doch bestimmt wieder was Fettes kaufen. Ich würde es also jetzt erstmal beenden. Und ich glaube, ich würde das sogar auf YouTube hochladen. Zur Vollständigkeit. Weil das so cool ist. Weil das so mega cool ist. Und ansonsten. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Bis zum nächsten Mal. Wenn man vielleicht wieder zusammen zockt. Weil dann auch ein paar Leute da sind. Wenn ich nicht immer zu unchristlichen Zeiten online gehen würde. Und würde das versuchen fix rein zu prügeln. Ciao.